Guten Tag, mein Name ist Helmut Elle. Ich bin Geschäftsführer von Provo in Berlin. Und wir haben dieses Haus geplant und gebaut, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen soziale Teilhabe zu ermöglichen. Ich fühle mich hier wohl. Es gefällt mir, dass die Betreuer da sind, egal ob man Not hat oder Fragen hat für das Kind. Mit Hilfe der 300.000 Euro der Deutschen Fernsehlotterie konnten wir unsere Mutter-Kind-Einrichtung neu aufbauen und neu gestalten. Jetzt haben wir Platz für elf Mütter mit ihren Kindern. Und ob Sie gewonnen haben, das erfahren Sie jetzt bei den Gewinnzahlen der Wochenziehung. Maritim entspannen und zu zweit erholsame Stunden in Warnemünde an der Ostsee genießen. Eine einwöchige Reise in die Yachthafenresidenz Hohe Düne gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 3558908. Einen Mini Cooper Countryman gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 4439338. Den schönen Bodensee erleben und mal so richtig die Seele baumeln lassen. Die einwöchige Erholungsreise für zwei in das Sentido Seehotel am Kaiserstrand gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 2952382. Einen Mini Cooper gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 1149029. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 1051341. Herzlichen Glückwunsch und kurz vor der Tagesschau sehen Sie die nächsten Gewinner bei der Prämienziehung für das Megalos. Vielen Dank fürs Missspielen!